ARD Text im Auftrag von Funk Wenn du etwas erreichen möchtest, musst du voll reingehen. Mich macht es stolz, dass wir in der Schweiz noch junge Leute haben, die etwas mitmachen, wo man kein Geld verdienen kann, wo ein Stolz dahinter ist. Daran habe ich enorm Freude, dass wir so in unserer Berufsgattung immer wieder junge Leute finden, die hier mitmachen wollen. Die Sachen, die ich von diesem Wettkampf mitnehme, sind sicher das, was man in den Trainings gelehrt hat. Das ist hier am Wettkampf eine ganz andere Art von Zeitdruck als im normalen Arbeitsalltag. Es ist einfach eine riesige Erfahrung. Mental bringt es die Norm weiter. Und auch fachlich bist du sehr gut unterwegs, wenn du das mal gemacht hast. Und am besten empfehlen würde ich es auf jeden Fall der LAP. Denn für die LAP kannst du unglaublich viel mitnehmen. Das Gefühl ist grossartig. Anfangswoche habe ich nicht damit gerechnet, dass es so weit reicht. Das ist unbeschreiblich. Ich bin motiviert weiter. Die Freude ist gross. Die Freude ist grossartig. Das ist ein bisschen besser. 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 Das ist ein bisschen besser.